Die Spielwarenmesse Franken-Live ist mit dabei und mittlerweile haben wir uns vorgearbeitet, beziehungsweise wieder zurückgearbeitet in Halle 1 und zwar beim Helis-Stanzimper. Da finde ich Susanna Becker und natürlich ganz, ganz viele Neuheiten auch, die haben wir gerade schon im Bild gehabt. Und eines ist natürlich aufgefallen, das war das hier, das ist nämlich ein Puppenschwimmring. Im Einhorn-Format, das ist natürlich, man kommt dann um Einhörnern nicht außenrum und deswegen muss die Puppe dieses Jahr mit Einhörnern und Flamingos baden gehen. Genau, Helis hat sich ja spezialisiert auf Puppenzubehör hauptsächlich. Sie haben auch einige Puppen im Programm, aber vor allen Dingen natürlich, weil wir, dass die Puppen auch schick ausschauen. Genau und dazu haben wir auch ein kleines Einhorn-Kleidchen im Regenbogendesign, weil einfach Einhörner dürfen immer noch nicht fehlen. Ganz genau und die gibt es natürlich in verschiedenen Größen und wir haben auch verschiedene Puppen. Genau, wir haben die in der Größe 35 bis 45 für die größeren Puppen, 28 bis 35 für die mittleren Gruppenpuppen und auch für die Mini-Puppen 20 bis 25 Zentimeter. Also für jede Puppe das passende Einhorn-Outfit ganz in, auch in diesem Jahr, sind die Flamingos. Die Flamingos dürfen auch nicht fehlen. Die gibt es auch als Schwimmring zum Baden gehen. Wir haben die auf dem Bikini. Wir finden sie auch wieder bei einem Fairtrade-Kleidchen. Genau, da kriegen wir ihn mal zugeworfen, hier den Schwimmring. Also für meine Talie passt es nicht, aber für die Puppen natürlich passend. Perfekt, ja. Ja, perfekt. Ich würde sagen, der Sommer kann kommen. Mit Helis auch für die Puppen. Dankeschön an Susanne Beckel. Dankeschön auch. Dankeschön.